Mein Name ist Marco Schmitz. Ich bin der Darsteller des Ritter Martins hier in Gerresheim. Und ich mache diese Aufgabe jetzt schon seit knapp 15 Jahren. Es ist eins meiner liebsten Ehrenämter. Und ich muss sagen, wenn man durch die Straßen reitet, jetzt ist es hell und wir hätten hier auf dem Platz dann die Mantelteilung gemacht. Es wäre dunkel gewesen, die Basilika beleuchtet. Und man hat die vielen tausend Besucherinnen und Besucher, die am Straßenrand stehen und die Kinder mit ihren Fackeln. Und man sieht das Leuchten in den Augen, wenn man vorbeireitet. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr vermisse und was ich hoffe, was wir im nächsten Jahr auch wieder haben werden. Martin zog an einem kalten Winterabend mit seinen Kameraden zur Stadt hinein. Und er traf am Tor einen armen Mann, einen Bettler, der bitterlich fuhr. Und Martin zögerte nicht lange. Er nahm direkt seinen Mantel, zog das Schwert und teilte den Mantel. So dann ritt er weiter in die Stadt hinein. Noch in derselben Nacht erschien Jesus Martin im Traum. Und deswegen sehen wir bei uns in der Geschichte auch den heiligen Martin mit dabei. Denn Martin wurde nachher Bischof von Thur und wir haben ihn daher in zweierlei gestalten bei uns. Er ist ja damals als römischer Offizier, hat er ja diese Mantelteilung vorgenommen. Aber er ist danach zum katholischen Glauben konvertiert. Und die Menschen waren so begeistert von ihm, dass sie dann gesagt haben, sie wollen ihn zum Bischof machen. Und die Legende besagt, Martin hat sich versteckt in einem Gänsestall und wollte gar nicht zum Bischof gemacht werden. Aber die Leute haben ihn gefunden und deswegen ist er dann nachher auch als Bischof aufgetreten und war ein sehr beliebter Bischof. Der Gedanke von St. Martin muss ja nicht verloren gehen, nur weil wir dieses Jahr keine Umzüge haben. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Kinder auch sehen, dass wir weiterhin Gutes tun und dass wir auch teilen. Und die Sachen, von denen wir zu viel haben oder von denen wir mehr haben, dass wir da bereit sind, die zu teilen. Und das, glaube ich, müssen wir den Kindern auch in dieser Corona-Pandemie beibringen, dass sie es schaffen, das zu Hause umzusetzen. Das mögen Süßigkeiten sein, die sie mit anderen Kindern teilen, das kann eine Spende sein. Das kann aber auch inhaltlich etwas sein, dass man sagt, der Gedanke des Teilens, der muss weiterleben.